Bitcoin, okay. Ja, bitte. Yes, alle Clarets. Brody, lose, lose, lose. Virtueller Zahlungsmittel. Ja, der Schraubplatz. Ich habe Angst. Oculus Ruparus. Jetzt kann er wieder abgeschlachtet. Ich glaube, ich habe gerade auch Larven gesehen bei David. Oh, ja, 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 wo bin ich denn jetzt? Oh, oh, Michael Myers. Michael Myers, alles klar, okay. Wow, ich glaube, der ist ja nach mir her. Ja! Rauschen. Geh doch mal weg, du Sack. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja. Ich stehe hier um der schon und heile mich gerade. Nein! Du schau! Geh weg! Nein! Geh weg! Nein! Nein! Äh, ne. Du machst keinen sofort-Kill. Okay, ich bin die Erste, die hängt. Juhu! Weil's so schön ist! Nein, Vorsicht! Lauf! Lauf! Warum? Warum konnte ich das nicht weglaufen? Geh weg! Oh nein! Nein! Wie machst du das? So. Nein! Da geht er! Was ich? Ne, 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 ne! Ich hab Angst! Pass auf! Da kommt der noch! Was ist das? Der kommt! Der kommt! Der kommt! Leg mich doch am Arsch! Was ist denn das für ein Sausack! Heil dich erst mal, Pascal! Oh je, da ist jemand, der heilt mich! Und du wirst, glaube ich, ah, der, ah! Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Der kommt, der kommt, der kommt! Ja, warum? Nein! Besser mich als dich! Ich bin jetzt in deiner Nähe! Er mag mich! Tschüss! Nein! 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 Oh, leckend! Ich wollte dich retten, komm. Ich verpiss mich dann in die Richtung. Wenigstens ist der Haken unbraucht. Ich wollte dich retten, komm, da holt das Tinio. Halt sie, halt mich. Zum Fortlaufen. Ich will sterben. Kommt er nach. Ja, ich heil mich. Das ist doch vollführend allerwertesten, das wird's doch nicht. Wieso funktioniert hier gar nichts? Ah, Mann. Cool. Ok. Aha, jetzt засchen! Das geht gut! Ok. Und. Küsse mich doch32f! ooooh Na ich hab schon wieder rucklai yeah so schön ist leck mich am Arsch oh je dahin ist er komm, ist mir egal wer kommt, oh nein ist mir gerade egal ok, jetzt hängt er mich an den Haaren wo ich sabotieren wollte oh nooo oh, es ist doch zum Quatzen stramm Fusseblume stramm mh, das ist doch zum Quatzen ab das gibt doch nichts ich halte das nicht mehr aus ich will wieder auf mehr raus warum kriegst du keine Tastenlampe hä? ja, das ich halte keine Tastenlampe wenn du Pio Pio machen kannst oh, Bitcoin ist gestorben Wann kommt Rette Bitcoin Rette Bitcoin heute kommt jetzt oh, sie kommt malalala, ich hau dann mal ab dann ist ja noch wieder die O noo Aber das ist die in der Herr. In der mir? Ja, aber die andere. ZLN40. Haha. Die macht's richtig, oder der? Ja. Wieso, ich will den Bitcoin retten. Ja, hu hu hu. Kann ich die retten? Kann ich die retten? Oh nein! Warum? Scheiß doch die Wandern! Oh no. Gibt's doch nicht. So, ciao, ciao. Eieieiei. Scheiß doch die Wand an! Herrlich! Eieieie. Ich krieg's heut nicht geregelt. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich guck mal zu. Oh no. Ja, ein bisschen gestorben. Ja, ich bin tot. Oh no. Was, der ist einfach an mir vorbeigelacht? Super. Super. So. Oh oh. Oh scheiß Michael Myers. Was? Was? Sie machen das richtig. Hm. Hm. Was? Was? Oh no. Oh je. Wenigstens einer der richtig macht. Ja, wir müssen noch ein bisschen üben, dann klappt das bei uns. Knasen. Stimmt. Krass. Was? Da läuft der rum. Bei mir. Krass. Krass. Alter, Alter. Krass. Beide machen Generatoren. Krass. Oh, die sind da rum. Oh, die sind da rum, dingst. Oh, die sind da rum. Oh, die sind da rum, dingst. Krass. 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 Oh, die sind. Oh, die sind. Oh, die sind da rum. Oh, die sind da rum. Da kommt der. Nee. Oh je. Oh no. Was geht denn jetzt auf? Nein! Oh je. Oh Gott. Die ist schon tot. Jetzt muss die andere nur noch, oder der, die andere, nur noch die Lupe schieben. Also müsste eigentlich jetzt aufgehen, die Lupe. Ja. Da war es nur noch eins. Luca, wo bist du? Oh je. Hm. Ich weiß gar nicht, bist du im Keller? Ja. Keine Ahnung. Ich höre aber noch keine Lupe. Oh je. Oh, es soll die Lupe sein. Alter, hier in der Nähe. Ja, genau. Ja, super. Juhu. Was geht los? Oh nein. Das ist aber nicht meine Lieblingsmap. Die ist scheiße. Ja. Und rein da. Das ist mein Haus. Oh. Aha, aha. 1,6 Millionen Dollar. Einzelkranzbild. Das vervollene Haus, 7 Milliarden Dollar wert. Oh, der Doktor. Oh je, ich sehe ihn. Nein, wir sind doch gar nicht krank. Oh, ich habe mich brauchen. Ich brauche was. Oh nein. Ernsthaft jetzt. Was habe ich jetzt? Eine Biu-Biu-Biu-Taschenlampe, okay. Ich mache mich mal mit dem ersten Generator. Irgendjemand wird dem dort Ur-Biu-Taschen helfen, oder? Habe ich doch. Oh, mein Ohr kitzelt, mein rechtes. Kann sein, dass er kennt. Keine Ahnung, wie tut den? Ja, aber ganz halt, da schreckliche Rumpa, 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 Rumpa. Ich lenke ihn ab. Dann kann irgendjemand den Typ da vom Haken retten. Hast du den Typen vom Haken gerettet oder war das ein anderer? Ich habe ihn geheilt, aber lass dir einen Arm parken, ich mache in der Zeit schnell den Generator fertig. Da ich bis jetzt noch nicht einmal Herzklopfen kann, jetzt kann ich das ruhig weitermachen. Du warst vorhin bei mir dann die ganze Zeit. So. So. Oh shit. No, 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 no. Okay, ich bin voll in die Fänge gelaufen. Wie doof kann man sein, wie doof kann man sein. Das ist arig, doof, das ist sehr doof. Das ist ja, okay. Du bist ein doofer Doktor. Ich sollte Patienten heilen nicht umbringen. Genau. Nein, der bringt mich in den Keller. Ich komme, ich komme. Kann ich mich vom Haken retten? Nein, ich komme, ich komme. Nein, ich komme, ich komme. Ich versuche nichts zu werden. Oh ja. Da ist die Nähe, Carlson. Oh Gott, er hat gespicken Sinn. Oh, leck mich den Arsch. Hast du mich in den Ruder? Zack. Ich glaube, ich sterbe als erstes. Eigentlich schon wieder in den Keller. Warum? Ja, super. Vorsicht, der kommt! Scheiße, ich wollte mir da blöden... Vorsicht, der sucht! Warum hat der jetzt nicht reagiert? Ich habe ihn doch best getrickt für raus! Was? Nein! Nein! Alles klar, der hat den Perk! Guten Tag! Oh nein, jetzt rennen wir... Oh, ich bin weg! Ich habe doch gewusst, ich sterbe als erstes! Wo bin ich jetzt direkt mit, oder wie? Nein! Irgendwie kriegen wir doch nicht hin! Ich wollte mir das Hasenlampe leuchten! Ich folge dir! Ich gucke zu, ich will wissen, ob die das schaffen! Es tut mir leid, Hadouka! Nur wegen mir bist du gestorben! Weil mein Hardcore-Typ hier... Hat mein spezieller Perk, der ist direkt bei mich in die Schrank gekommen! Der hat irgendeinen Perk, da wo man die Opfer zieht wahrscheinlich! Irgendwas muss der haben! Ist das jetzt euer Ernst? Bin ich das der Ernstig, da wo er einen... Von der Nohina hat noch keiner einen Generator gemacht! Äh... Toll, hm? Woran erkennt man das? Und... Ei... Fünf Generatoren waren, so viel sind noch zu machen! Warte melden! Überladen! Und gerade nichts Funken! Aber guckst du gerade noch, du merkst? Ja! Okay! Oh Mann! Oh, wie doof kann man sind! Ich guck der anderen zu! Der hat definitiv irgendeinen Perk, wo er damit sehen kann! Ja! Aha! Na sogar... Hardcore! Okay... Und die hat jetzt Wahnvorstellungen! Und die macht jetzt vielleicht Piu Piu oder wie! Oh Gott! Nö! Nein, nein! Die macht nicht Piu Piu! Die macht... Aaaaaaah! Mist! Ah Mann! Ah Mann! Hm... Keine Überlebenden! Alle abgeschlachtet! Stimmt... Ah! 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 Ah!